Ihr dürft den Kartoffelsalat erst dann mit Öl versetzen, wenn der ordentlich abgeschmeckt ist. Das heißt, ihr macht den Kartoffelsalat, lasst die Gewürze alles einziehen, nehmt aber noch kein Öl dazu, sondern erst kurz bevor der Kartoffelsalat serviert wird und ordentlich abgeschmeckt wird, kommt dann das Öl drauf. Weil, wenn ihr das vorher macht, dann kommen die Gewürze nicht mehr an die Kartoffel dran, weil das Öl natürlich die Oberfläche der Kartoffel schützt. Das heißt, ihr dürft es nachwürzen, wenn der Kartoffelsalat fertig ist und gerastet hat, ihr dürft es nachwürzen, dürft es ordentlich abschmecken, dann kommt das Öl drüber und dann kommen noch nach dem Öl die grünen Kräuter drauf. In meinem Kanal findet ihr zahlreiche Rezepte für den Kartoffelsalat.